Willkommen zurück zu Let's Play Redeemer. So. Da unten sind direkt wieder Gegner gewesen, die wie auch immer, die mich eben nicht bemerkt haben und eigentlich habe ich Kreis gedrückt, aber nichts ist passiert. So, jetzt aber. Verschwinde. Verschwindet alle. So, das war's. Mit denen. Ich werde noch mal ganz kurz zurückgehen. Hier oben war ja auch noch ein Weg. Ja, oder auch nicht. Da ist eine Wand. Es ist viel zu dunkel hier. Und der Laserpointer macht halt leider kein Licht. Ne, zumindest nicht viel. Rechts. Wo geht's hier weiter? Oh, da kommt ein Dünn her. Hä? Wo geht's weiter? Oh, hier ist irgendwas. Ah, Licht. Oder ein Scanner. Aha, okay. Das hier sah irgendwie schon so aus, als ob es hier weiter geht. Na, toll. Hallo. So, den habe ich noch in den Rücken gestochen. Aua, runter von mir. Und, äh, tot. Ach, schade. Ich hätte dazu der Kreisziegel locken sollen. Ach, nö. Ich habe ihn noch noch weggeschrungen. Und du haust ab. Okay. Okay. Letzte Kugel hat es dann erledigt. Und eine, und ein Manuskript. Äh. Ja, dritte. Da fehlt noch einiges. Hm, Sturzflug. Okay. Einen guten Tag. Oh, ich nehme mal diese Waffe. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, okay. Da oben kämpfen die jetzt. Mal gucken, wer gewinnt. Es ist eigentlich klar, wer gewinnt. Ja, der hat sich aber gut geschlagen. Äh, gar nicht so gut. Hilfe. Also für mich ist das jetzt nicht gut, aber Kleinsäge. Okay, ich dachte, wir schneiden den einmal komplett in der Mitte durch. Oh, der. Daneben. Ja, dritte. Ach, tot. Gut. Ein Problem weniger. Okay, hier ist ein Golfschläger. Das war absolute Munitionsverschwendung. Okay, von hier kommen wir. Was jetzt? So, was jetzt? Ah, hier. Aufzug. Und da, hier kam, denke ich mal, diese große raus. Und ich nehme mir doch mal lieber diese Axt. Und nochmal. Achso, stimmt. Das stimmt, ja. Man muss sich ja scannen lassen. Habe ich schon wieder vergessen. Okay. Okay. So. So. Und so. Und so. Vielleicht kann ich hier ja leise sein. Wie gut leise du bist. Ganz ruhig. Ich muss noch einmal kurz vorbei. Ich muss noch einmal kurz vorbei. Dann verschwinde. Ah. Haut ab. Ach nö, jetzt kommen wir alle hoch. Oder? Je weniger hier hoch kommt, desto besser. Hier gibt es nur noch mal einen Vorschlaghammer. Oh, da ist ein großer. Aua. Habe ich gerade die Waffe da? Ja toll, ich habe die Waffe einfach runtergeschmissen aus dem Typen drauf. Hat ihn aber scheinbar nicht interessiert. Okay. Oh, das wollte ich nicht. So, wer will noch? Niemand? Gut, so. Oh, da ist noch ein fetter. Hier sind drei fetter. Oh, der ist. Eben bin ich noch an dem vorbeigekommen. Warum jetzt nicht mehr? Au. Ich bin da gerade voll reingesprungen. Und da wurde die Attacke mal genutzt, die wir eben gemacht haben. Nur leider tut das jetzt weh. Ja, dieses Mal nicht. So, Munition ist leer. Und der erste ist tot. Au. Das trifft mich hier nicht. Und der zweite ist auch tot. Und wir haben Vorteil. Schläge. Sprung. Angriff aus einer Rolle. Ah, okay. Eine Fäuste schlagen wie Blitze zu. Oh. Au. Ja gut. Gegen den sollte ich die Attacke am besten nicht einsetzen. Oh. Hat aber funktioniert. Und ich wurde nicht getroffen. Da geht es nicht weiter. Achso, ja. Ich weiß ja was man machen muss. Dann fahren wir da jetzt runter. Das ist jetzt aber nicht so schön. Okay, wir fahren immerhin noch ein Stück weiter runter als die ganzen Gegner waren. Glaube ich. Hier sind auf jeden Fall auch einige. Oh. Und ich hatte gerne Fernkampfwaffe. Aua. Gib mir eine Waffe. Hey, was macht der? Der will mich abfangen. Oh, der ist tot. Ich brauche diese Waffe dort. Ja, komm her. So, die Tür war unten. Habe ich schon gesehen. Hat eben schon versucht mich zu scannen. Aber ich bin wieder abgehauen. Ah. Auf da rum zu kratzen. Der schöne Boden. Ah, natürlich. Aua. Der stirbt. Au. Das habe ich nicht kommen sehen. Hat er mich getroffen? Oh, der ist tot. Au. Runter. Nein, oh. Ich hätte ihn gerade umbringen können. Dann halt so. Und. Das war alles deine Schuld. Au. Au. Runter von mir. So. Natürlich. Natürlich geht er direkt auf mich. So, jetzt haben wir nur noch so einen Stab. Da habe ich kurz mal nicht hingeguckt und bin schon fast tot. Oh. Das ist ja auch nur ein Stock. Ah, okay. Äh, ja. Hm, 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 hm. Mal spawnen nicht. Okay, so weit zurück ist das jetzt, glaube ich, nicht. So, Platz von der Chance hier mit einem Eingriff in Stücke zu reißen. Wenn die Wahrscheinlichkeit hängt von der Waffen... Okay. Gut. Machen wir. Au. Okay, das war so dumm, da einfach reinzurennen. Hau, hau ab. Nein, runter. So. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. die hat noch einen schuss hau doch jetzt ab ergibt dich so so und weiter oh ja wir in den käfig war dass das gitter kaputt ist sonst hätte man vielleicht irgendwie eine tür zu machen können nein 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 das kann doch nicht er fässt mich einmal an und ich bin instant tot ich mache jetzt das speed ramp ist dort dann so 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 na verdammt so erster ist weg und so weiter auch so wir haben einen vorteil soldat tödliche splitter nein weg weg da so das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht das ist so unfair hier aber jetzt entscheide ich ich mag den nicht ich mag den überhaupt nicht na endlich und durch einfach schnell durch vom scann mich jetzt geht fahr hoch ja toll war ja war wann ist da im raum eben drei oder zwei von diesen starken oder fetten das war es gerade nicht und jetzt stimmt ich aktiviere immer mehr gegner das ist meins ich bin ja gerade sehr eingeengt hier ab autumn und der stock ist kaputt Das war's. Okay. Ich weiß jetzt halt nicht, wo soll man genau lang? Okay. 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 Keine Waffe mehr. Au. Jetzt ist nur noch der Fettsack hier. Und der ist auch tot. Hier oben ist nichts. Wir hatten ja so ein Teil hier. Kommt in die Maschinenpistole. Da sollen wir doch hier in die Mitte rein. Da kommen wir aber nicht rein. Irgendwas mit dem Aufzug wurde vorhin gesagt. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Egal, dann gehen wir halt hier lang. Hätte ich das mal in die Schraubflotte gesteckt. Ah, okay, so. Ah. Und das sind die fetten. Also die fetten, fetten. Oh. Okay, doch nicht. Das sind doch die. Hauptsächlich. Waffe leer. Ah. Viel Spaß damit. Au. Au. Okay, haut ab. Oh, jetzt kommen die von beiden Seiten. Einen Vorteil geht aber immer. Dauerfeuer. Schieße ohne Unterbrechung. Okay, das ist ein bisschen zu spät. Aber der erste ist tot. Und der zweite auch. scanne mich. Ich habe sogar meinen Rücken bekommen. Noch dazu. Und was jetzt? Na, nach unten. Geschafft? Okay, geschafft. Die im Glashaus wohnen. Gut, aber das machen wir dann im nächsten Part. Start. You. Untertitelung des ZDF, 2020